Okay, das ging ja noch mal gerade so gut. War ein harter Kampf. War hart. Rotkapper hat ja eine Weile doch auf den Boden gelegen und sich etwas aus dem Kampf rausgehalten. Oha. Klimmgefahr. Neues Limit. Achso. Ich hab gedacht, dass wir vielleicht nur Feindeskönnen denken, aber okay. Weißer Umhang. Ähm, Nixan hat gar kein Feindeskönnen. Irgendwer hat auch Feindeskönnen, oder nicht? Ja, auch nicht Nixan. Das hab ich schon mal gesehen. Da liegt was hinter dir. Genova. Der Arm von Genova. Genova? Er hat dieses Ding mit sich rumgetragen? Also war es Sefirot. Die Zeit ist reif. Das hat er, glaub ich, gesagt. Zeit ist reif. Wieso kann er sich nicht mehr an mich erinnern? Ich bin so verwirrt. Ich auch. Nixan, erklär uns, was bisher passiert ist. Ich werde es versuchen, wenn ich es selbst verstehe. Ich werde es versuchen, aber unterbrecht mich nicht, während ich es euch erzähle. Ich verstehe es ja selbst nicht, also. Sefirot ging los, um das verheißene Land zu suchen, so dass er der Herrscher des Planeten werden könnte. Das war vor fünf Jahren. Dann kam Sefirot zurück und tötete Präsident Shinra. Das war vor zwei Tagen. Ja. Und jetzt gerade eben haben wir alle Sefirot gesehen. Er hatte Genova bei sich. Das ist alles, was ich weiß. Er sagte mir, er wolle zum verheißenen Land mit seiner Mutter Genova gehen. Ich glaube, das ist alles. Wir legen in fünf Minuten an der Costa del Sol an. Bereit zum Festmachen. Wir sollten uns wieder irgendwo verstecken. Ich will das Ding einsammeln. Ja, genau. Wow. Ifrit? Dem Ifrit sei ein Trollala, Trollala. Okay, Sefirot lebt, ja. Das verheißene Land. Gibt es das wirklich? Okay. Was ist Ifrit? Ifrit ist, so ein Dämon zu beschweren, Feuer. Okay. Der könnte dir gefallen. Mal sehen. Sehen wir mal, wo das Schiff jetzt hinführt. Genau. Eigentlich sollten wir jetzt gleich an der Küste ankommen. Also warum haben wir hier so viel Trarat rum, verdammt? Der Küste Costa del Sol. Sieht aus wie die letzte Küste der Bewahren. Das ist wirklich kein großer Unterschied. Aber ich sehe zwei Häuser. Und vorher hatten wir nur einen Turm. Das heißt, diese Stadt muss mindestens doppelt so groß sein. Weil zwei Häuser sind größer als ein Turm. Und es hat sogar einen Rückwärtsgang. Super. Das Schiff. Nicht die Stadt, nicht zu Hause. Oh Mann. Tja. Erfolg auf der ganzen Linie. Oh, da liegt eine und sonst nicht. Ich nehme mal an, dass es eine Frau sein wird. Männer machen sowas nicht, oder? Verdammt. Echt heiß hier. Aber mir geht es besser, weil ich mich jetzt von diesem Matrosenanzug verabschieden kann. Hört mal her. Hört mal her. Seht zu, dass ihr euch und das Volk mischt. Oh, schade. Mir gefiel Mr. T. Im Matrosenanzug. Er sah so nett aus. Okay. Was meinst du mit nett? Du kleine, blöde Göre. Richtig. Tja, äh... Mr. T. Warum benutzt du den Matrosenanzug nicht als Schlafanzug? Stimmt's, Nixan? Kommt, rede ich auf Sephiroth. Denk dran. Wir sind hier nicht auf Urlaub. Wir sind hinter Sephiroth her. Ich gehe voraus. Okay. Hm, Nixan. Immer bist du's, der herumströdelt und Zeit verschwendet. Wieso ich? Ich werde diesen Erholungsort überspringen. Okay. Würdet ihr euch bitte beeilen? Die Hitze trocknet meine Nase aus. In Ordnung. Wir machen eine Pause und gehen dann los. Lauf nicht zu weit weg. Ja. Ist das da hinten ein Speicherpunkt? Ich laufe vorhin, ich bin... Verdammt. Wer hat ihn zum Führer gemacht? Meinst du, dass ganz rechts hin? Ja. Das sieht aus wie ein Matrosen, finde ich. Okay. Komm, hier warum rühren? Sieht so aus, als ob meine Mähne in Ordnung... äh, in Unordnung geraten ist. Ich suche mir ein kühles Fleckchen. Okay. Du kannst da hinten auf jeden Fall hochrennen. Ich will zu der Frau. Das interessieren mich irgendwelche Matrosen. Hallo? Ach, liegt die da auf dem Flügel oder was? Ihr Leute, versteht uns. Die Arbeiter, die sich auf dem Schiff abklagen, nicht. Auf dem marineblauen Meer, du blickst lange in den ewigen Himmel, der scheinbar endlos ist. Du fühlst dich, als würdest du auf dem Flügel einer Kästner ein Nickerchen machen. Ja, das machst du doch, oder? Das ist das absolut Schärfste. Ja, das ist klar. Okay, diese Unterhaltung war völlig sinnlos. Okay, dann gucken wir mal, was da hinten ist. Da ist auch nur eine Treppe für hoch. Ja, hab ich gesehen. Aber das sieht für mich nicht wie ein Speicherpunkt aus, was da hinten rumsteht. Nee, war. Oh Mist, der Manager von Shinra will nicht herunterkommen. Obwohl der Präsident geschäftlich hier ist, er spielt immer nur und vergisst alles, was mit Arbeit zu tun hat. Schön für ihn. Okay. Okay, damit kann ich nichts anfangen. Wird ja sein können. Die Tür ist so klein für dich. Ja, wahrscheinlich. Ja. Aber ein Speicherpunkt wäre mir jetzt trotzdem ganz recht, muss ich sagen. Ein Speicherpunkt wäre mir jetzt trotzdem ganz recht. Na los, kommt schon ein Spiel. Bring mich dorthin, wo ich will. Oh, Hubschrauber. Der Eier hat ganz schön rum. Also, dass der noch nicht abgestürzt ist, ist alles. Ach, das da hinten soll der Helipad sein, das Ding da. Hochgelaufen. Wäre irgendwie naheliegend, ja. Oh, ist das nicht die Musik aus der Shinravelo? Ja. Ich kann mich daran erinnern. Und da sind wir kamen mal hinter uns. Und da kommt schon wieder dieser fette Kerl und dann kommt unser Präsident. Das war vielleicht eine lange Bootsfahrt. Gute Arbeit von Aile vereiligt damit ich habe gedacht er soll nicht mehr so laufen Joso keine Ahnung wer das gesagt hat aber Joss der Matrose da steht ich habe gehört Sefirot war an Bord ja und das scheint nix an und die anderen waren auch an Bord ja sie sind uns alle durch die Lappen gegangen diesmal hast du es wirklich großartig vermasselt Heidegger ich bin sehr beschämt total ist das alles einsilbige Antworten geben uns für alles entschuldigen und für alles entschuldigen fertig zur Abfahrt okay okay er ist an ab wir werden sie wollen zu was ich will Resultate sehen genau zu groß Heidegger diese Szene mussten sie sich so die Länge ziehen oder was Ja hohoho oh du was jol hohoho der wirft erstmal ein paar Matrosen ins Wasser und jetzt noch den anderen Typ da hinten ja die tussi tut sich aber lange sonne heidegar ist gut drauf hat feste laune schöne sache das war nicht schlecht allerdings ferienparadies und sitzt eine gut gebraucht kostet er soll die man da um durch die tür 1.000 speicherpunkt drin naja nachdem hier ja scheinbar keiner zu sein scheint ja vielleicht ist es ein hotel guck mal da hinten ist red ja das sieht zumindest genau so aus wie red ja hat sich ein schattiges plätzchen gesucht also gut gehen wir doch mal rein ja das sind auf jeden fall mal betten speicherpunkt sehe ich jetzt nicht aber eine kellertreppe hey du so ein weiches bett tolles gefühl ja ich will doch gar nicht da rein verdammt ich treffe den gang nicht und hier hätten wir irgendwas am boden liegen kraft und da hinten ist eine kürze ja sja oh diese objekte sind gratis bitte bedien dich okay das brauchst du mir nichts beinahe zu sagen feuerring hört sich schon mal interessant an allerdings motordrive das hört sich noch interessanter an langsam kann ich mit den ganzen dingern nichts mehr anfangen hier ich habe eigentlich gedacht ich hätte es jetzt langsam so geblickt aber irgendwie blick ich doch nur die hälfte oder nicht mal das aber das scheint es gewesen zu sein hier aber wenn drei gegenstände kostenlos abgestaubt hat sich gelohnt hier rein zu gehen genau und wenn der kerl der das ganze bewacht dann auch nur sagt auch ja bedient dich ruhig dann ist das ganze auch in ordnung habe ich kein problem mit der typ war wirklich in ordnung ja wollte kein geld von uns bar in der base in der bar ist kein hotel also ist das kein speicherpunkt nehme ich mal an ich habe so die vermutung dass es hier noch viel zu tun geben wird es sieht mal später noch aus ist ein belebtes urchin das ist ein hinterein dann was denn ich wollte gerade fragen ob du den ball wegschießen kannst was hat der für den anfall kann ich in das bad rein der spannt bestimmt da ist doch irgendwie am duschen oder baden ja was ist mit dir los hey bist du's wir waren beide in soldaten und erfreunde als kinder du warst so ein playboy und ein mörder warum kann ich mich nicht an dich erinnern ich bin nix da du meinst du bist gut genug um überall damit anzugeben wer du bist ich wills nicht hören ey kein gemurmel mehr von mir von jetzt an führe ich ein neues leben der typ hat ein totales ding an es tut mir leid er hatte ach so das ist die tussi es tut mir leid er hat in letzter zeit mehrere große schocks und ist ziemlich deprimiert ja ok von mir aus ich hab gedacht es wäre ein spannender ich auch so so auf der suche nach dem speicherpunkt ah in in bedeutet das ist irgendeine übernachtungsgelegenheit ja und wo ich übernachten kann da kann ich auch speicherpunkte finden manchmal oh es könnte natürlich auch nur eine kneipe sein stimmt hier ist kein speicherpunkt oder mr t oh oh gibt der sich als koch aus ach ne er hat immer noch den matrosenanzug an mal du siehst hier nicht so viel speicherpunkt nein wär aber mal zeit ja also langsam so ein speicherpunkt wäre echt nicht schlecht es wäre mir jetzt Geh mal da rechts runter. Oder ganz am Anfang konnten wir doch links unter die Brücke durch. Ja. Das hier sieht nicht sehr vielversprechend aus. Nee. Oh, nix an! Hey, schau dir das an. Schau dir was an. Hm? Hm? Ist das Rojo? Das ist ein Action im Bikini? Keine schlechte Aussicht. Was guckst du denn so? Der Mann da drüben, das ist Hoyo von Shindra. Nichts wie weg, geh und red mit ihm. Hä? Nichts wie weg, geh und red mit ihm? Macht keinen Sinn. Ja. Und auch hier kein Speicherpunkt. Dann sprechen gar nicht an, wir suchen jetzt den nächsten Speicherpunkt. Ich hab auch nicht vorhin... Ja, genau. Ich will nämlich eigentlich jetzt wirklich speichern hier, aber... Hm. Das ist nicht so einfach. Ja. Ähm, hallo? Ich kann da nicht weg. Ah, du musst mir dann... Nee, doch, du kommst... Jetzt auf einmal geht's mir. Obwohl ich jetzt gerade beschlossen hab, wieder nach unten zu laufen, hat das Spiel jetzt beschlossen, dass es mich weitergehen lässt. Das ist faszinierend. Leute, geht mir aus dem Weg. Ich will doch nur irgendwo speichern, verdammt. Das kann doch nicht so schwer sein. Bitte. Oh, hier kannst du speichern. Das trifft sich gut. Ich gehe im Menü... Und ich sage speichern. Das ist sehr gut. Weil ich bin der Meinung, das reicht dann auch mal für heute. Also das war ja schon wieder ein sehr ereignisreicher Tag. Wir haben viel über dieses Spiel gelernt. Total. Und es hat uns noch mehr verwirrt, oder zumindest mich noch mehr verwirrt, als ich sowieso schon bin. Und dann verabscheuen wir uns nochmal. Ja, also verabscheuen tue ich dich immer wieder gerne. Und verabschieden können wir uns dann von euch da draußen. Also Leute, ich war über nichts, sondern... Ich war euer Quoten-Ausse Ecke. Und wir sagen, ciao, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Freuen wir uns jetzt wieder auf die weiteren Blogs, die sie schreiben, wie schlecht wir doch sind. Ja, ja, ja.